Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Donkey Kong 64. Wir sind hier immer noch im Aqua-Alb-Traum und wollen langsam wirklich mal die Welt beenden. Ich glaube langsam sind wir auch soweit, weil mit jedem Kong fehlt uns jetzt nur noch eine Banane, außer mit Donkey, da fehlen nur zwei. So und... Ja komm, holen wir gerade als erstes mal Lenky. Der kann ja direkt hier hoch. Hier sind auch die letzten Bananen. Für ihn, denke ich mal. Okay, ich habe die falsche Taste gedrückt, okay. Ich sehe nichts. Ey du Affe, da kannst du nicht mal richtig springen. Der lenkt so ganz seltsam, wenn der Flieger. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey, warum dreht denn der so seltsam die Kamera, ey? So, habe ich jetzt zweimal geschafft. Da ist die letzte Banane. Ne, warte mal, das mache ich gleich. So. Dann sind wir mit ihm jetzt gleich mal fertig. Das ist jetzt noch ein schön einfaches Spiel mit, hoffentlich wird es nicht das Spiel mit dem Schlag. Schein und sein. Suche und treffe alle Claptraps. Okay, noch ist das ganz einfach. Dann kommt der nächste. Einer muss am Leben bleiben. Für die nächste Aufgabe. So, und mit ihm sind wir jetzt fertig. Hoffe ich doch mal. Haben wir die Blaupause? Ey, bin ich den? Ich habe, ne? Ich raste aus. Oh Gott, ich bin Gott. Ich habe sie. So, mit Lenky sind wir schon mal fertig hier. Jetzt ist Didi dran. Eventuell können wir mit ihm jetzt hier auch alles kompletieren. Na, das geht nicht. So, und hier. Ja, komm schon. Okay. Der ist für Donkey Kong. Oh, nee, ey. Wie soll ich mit Donkey hier hochkommen? Ich weiß schon wie. Hier muss irgendwo ein Porter sein, oder? Nee. Mir fehlt nämlich noch ein Porter. Und ich glaube, dass der hier irgendwo war. Wand und Wachen, okay. Das ist das Ziel. Nein. Wie drauf muss man eigentlich sein? Ja, das ist das Ziel, ich weiß. Help. Nein! Was guckt der da genau in die Ecke rein? Ohne Stücke, ich weiß. Und... Bin ich hier richtig? Höhe! Ich glaub schon. Wie lang geht das hier noch? Nein! Nein! Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ey, wie lang geht denn das? Bitteschön. Ich hasse solche Spiele hier, wo man immer abwarten muss, ne? Ich höre... Ich jetzt komme Cartagieren ... ... ... Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Willkommen zum Bonus Stage. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. 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 Das ist doch nicht dein Ernst. Was soll das denn, ey? Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ich mach das jetzt so, dass es mir egal ist. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. 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 Oh ja, ja, okay. Ich werd das schon irgendwie hinkriegen. Daneben? Nee, ich muss auch nur durch die Viecher, oder? Was? 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 Hey, ich hab mich ja weggedrängt. Warum ist er auch immer so schnell? Ah! Wie war's das? Die Zweifel waren, hä? Das ist ja schon. Ach so, hier ist das Ziel. Aber ganz einfach. Und ich bin trotzdem noch weiter da hinten. Moin, moin. Ja, nimm hier die Banane. Oh! 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 Dankeschön. So, und auch Donkey Kong ist fertig. So, jetzt finden wir noch Tiny und Shanky. Ich weiß nicht, wo. Was fehlt da noch? Ich hab langsam das Gefühl, ich hab alles. Warte, mir fällt auf jeden Fall noch ein Ballon mit Shanky ein. Ich hab auf jeden Fall zwei Stellen, wo ich was vermute, was sein könnte. Was waren hier unten nochmal? Also, ne, das haben wir schon. Und zwar einmal dieses... Ja, da muss ich auch noch irgendwie rein. Dieses Loch hier oben im Boot. Das da. Das muss ich auch irgendwie aufkriegen. Das. So. Hab ich den Ballon schon? es fehlt genau noch ein das kann doch nicht sein wo ist er denn hin da war der nicht der war hier es ist jetzt überall wieder zu habe ich irgendwo ein schalter übersehen ich glaube ich muss mal wieder zurück an anfangen so hier habe ich auf jeden fall alles das weiß ich da hinten das eventuell ich drück mal hier den knopf habe ich das hier schon ich glaube nämlich nicht weil es kann sein dass das nämlich das ding am boot genau habe ich es doch gewusst weil die anderen auch alle zum musik teil so jetzt nicht wieder den schalter war warum tauscht immer hallo so rein mit dir hier sind nicht zufällig auch irgendwelche bananen hier natürlich nicht was aber hier lustiges nein aber wir brauchen nur drei und ich versagt bei dem langsamsten ein ich habe ich habe es ich habe ich sehr schön so allerdings fehlen immer noch 10 Bananen diese 10 Bananen sind nicht hier und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den Ballon nicht eingesammelt habe der müsste hier rumschwimmen, aber wo? der ist nicht hier das kann doch echt nicht wahr sein das kann doch echt nicht wahr sein das ist ja schon hier ja 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 ey, das ist doch wirklich nicht wahr ich weiß nicht, wo der Ballon ist ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben ich habe hier wirklich kein Problem, da alles zu suchen ich hasse diese Welt einfach basta so, und jetzt muss ich noch irgendwie was mit Tiny suchen ich habe einen Verdacht, wo das sein könnte aber da habe ich schon besucht ach irgendwo da in der Nähe muss ja was sein wo war das denn jetzt? hier 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 muss irgendwo was sein an dem Teil sonst wäre doch da nicht so ein aha Tiny hat alle Bananen, ne? ne auch nicht ok, aber vielleicht auch mal Glück und die 15 Bananen sind hier drin wenn ich selbst hier reinkomme ich sehe keine einzige Banane und ich glaube hier ist auch keine einzige Bananen drin das ist doch echt nicht wahr ok, das ist auch einfach ok, das ist auch einfach ey, die weicht im letzten Moment immer aus ey, die weicht im letzten Moment immer aus ey, schaffst du doch das hat man ganz genau gesehen das ist ein Betrug ok, das ist doch wir haben das ist doch Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die letzten Bananen hier sind. Ey, das hier ist die verwirrendste Welt von allen. Und es ist jetzt Welt 4. Hä? Da war nicht mal im Screen, aber okay. So, wo könnten die letzten Bananen sein? Ich weiß es einfach nicht. Und es ist mir auch scheißegal. Freunde, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Eventuell habe ich bis dahin die Bananen gefunden, eventuell aber auch nicht. Ja, und in der nächsten Folge werden wir endlich die Welt hier abschließen mit dem Boss. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann noch rein und ciao.